Herzlich willkommen bei Lotto 6 aus 45, Lotto Plus und Joker. Am vergangenen Mittwoch hat es keinen Wettschein mit den sechs richtigen gegeben. Damit geht es heute bei der ersten Ziehung im, wie man sagt, launischen April um einen Jackpot. Ziehungsgeräte und Kugeln sind notariell überprüft und ich wünsche Ihnen viel, viel Glück. Und die erste Gewinnzahl von heute Sonntag lautet 17. 17. Es geht bereits weiter mit 30. 30. Die dritte Gewinnzahl heute Abend ist 29. 29. Heute auch mit dabei ist 20. 20. Wir nähern uns dem Sechser mit 24. 24. Und komplett ist der Jackpot-Sechser mit 25. 25. 25. 25. 25. 26. 25. 26. 27. 27. 29. Drei. Übrigens, sollten Sie die sechs Richtigen in einem Ihrer Tipps haben, haben Sie den Lotto-Checkpot geknackt. Und damit kommen wir zu Lotto Plus. Hier haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrem Lotto-Tipp noch einmal zu gewinnen. Und wir starten jetzt die Ziehung. Die erste Gewinnzahl bei Lotto Plus lautet Drei. Drei. Und weiter geht es mit zwölf. Zwölf. Die dritte Gewinnzahl ist 26. 26. Weiter geht es mit 41. 41. Die vorletzte Gewinnzahl lautet 10. Und der Lotto Plus Sechser ist komplett mit 4. Auch bei Lotto Plus hat es keinen Sechser gegeben. Die Gewinnsumme wurde daher wie gewohnt auf die Fünfer aufgeteilt. Und damit kommen wir zum Joker. Beim Joker ist am Mittwoch ebenfalls ein Gewinn im ersten Rang ausgeblieben. Somit geht es auch hier heute um einen Checkpot. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Die erste Stelle der heutigen Jokerzahl lautet 4. An der zweiten Stelle haben wir 1. 1. Auch die dritte Jokerstelle lautet 1. 1. An der vierten Stelle haben wir 7. 7. 7. Auch die vorletzte Stelle ist 7. Und an der sechsten und letzten Stelle haben wir 2. 2. Wie viel Sie gewonnen haben, können Sie mit der Lotterien-App oder im Teletext auf Seite 721 überprüfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und auf Wiedersehen am kommenden Mittwoch.